Die zu veräußernde neue 4-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Leipzig. 2017 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 117 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 455.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017